Ja Jungs und Mädels, herzlich willkommen. Das ist jetzt der YouTube-Kanal vom AGF-Radio. Warum haben wir jetzt einen? Hm, ich habe mir eine Kamera gekauft. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen euch einfach auch auf diesem Weg mehr Einblick bieten. Wir wollen euch zeigen, wie es bei uns abgeht, wie es aussieht, wenn wir Bands oder Künstler oder einzelne Künstler auch da haben. Wir wollen euch natürlich die Möglichkeit bieten, auch einfach uns ein bisschen näher kennen zu lernen, eben mal nicht nur vor dem Mikrofon. Dementsprechend ist es auch für uns noch ein bisschen komisch, auf einmal vor einer Kamera zu sitzen, aber ich denke, das ging uns zusammen ganz gut hin. Dann, ja, wir werden einige, denke ich, regelmäßige Formate bringen. Was war letzte Woche, was kommt nächste Woche? Wir werden, ja, auf Festivals unterwegs sein. Wir werden natürlich auch, wie immer, ganz viel Unsinn treiben. Ich denke, der Stoney, der wohnt ja bloß da oben geschwind, wird ganz oft mitzusehen sein. Ja, und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß daran haben wie wir und bis dahin, immer brav AGF-Radio hören.